Das hält mich, ne? Ja, ja, klar. Als nächstes kommt jetzt der Matthias runter. Der wird auch genau abgelassen wie ich. Und dann werden wir uns die Höhle weiter anschauen und bis zum Diwak gehen. Oh, jetzt dreh ich mich! Es war natürlich so, dass es immer dunkler wurde. Man hat schon gemerkt, dass es so eine Feuchtigkeit auch war. Also es war so feucht-kalt. Und man hörte dann schon so das Tropfen an den Wänden. Man hat dann nach oben geschaut und hat noch das Loch gesehen, was immer kleiner wurde. Und dann war es das. Ab dem Punkt, wo das Loch da oben weg ist, weißt du, jetzt nur noch mit der Lampe. Dann siehst du kein Tageslicht mehr. Ah, okay! Boah, ist das geil! Jawohl! Geil! Deine Selbstsicherung mal da ein. Ja. Moment. Oh, so. Dann bist du da fix. Und dann wurde ich da in Empfang genommen. Und das waren Eindrücke leco mio. Beeindruckend, aber gefährlich. Bei Regen würde das Hörloch volllaufen. Heute steht der Pegel am sogenannten Händehochgang bei knapp einem Meter. Zu hoch für Matthias. Okay. Äh, wir machen was. Ich, äh... Ich kann, ich glaube, auch Spaß haben. Er ist 1,42 Meter groß. Aber mit vereinten Kräften kann er übers Wasser gehen. Macht, oder? Ich hab nie was Böses Deutsch gesagt, ne? Ja. Ja, danke, Männer. Danke schön. Oh! Aber hier geht's, ne? Hier geh ich dann ran. Man muss auf Schritt und Tritt wirklich aufpassen, weil es gibt dann spitzes Gestein, sag ich mal. Dann wieder so ein bisschen flacheres, was aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen rutschiger ist, wenn da Feuchtigkeit drauf ist. Einige Teile der Höhle sind sogar nur mit dem Boot der Höhlenforscher passierbar. Das war echt cool. Wir müssen jetzt da hoch? Genau, jetzt müssen wir da rauf. Vier Stunden sind Matthias und Niklas bereits unterwegs. Endlich erreichen sie das Biwak. Ich bin da! Wir hätten das hier alles gebaut. Das war so die Generation um meinen Vater. Das ist ja alles ein Waschbecken. Ja, fließend Wasser haben wir. Was ist das hier? Das ist Pissoir. Pissoir habt ihr auch hier. Mit Spülung sogar. Mit Spülung. Das ist ja geil. Die Challenge ist zur Hälfte geschafft. Jetzt kommt noch die Nacht. Kälte, Klettern, extreme Feuchtigkeit. Bisher kein Problem für Matthias. Aber jetzt wartet die Nacht auf ihn. Eine Nacht im Bauch der Erde. Daran könnte ich mich gewöhnen. Oh, hier wackelt's. Erdbeben? Leute, hier schlafe ich gleich. Was ist denn, wenn das hier einstürzt? Ja. Dann mach es gut, ne? Dirk Steffens, der hat mir noch eine Nachricht mitgegeben für dich. Eine Nachricht? Ja. Okay. Was will der denn jetzt noch? Lieber Matthias, bis ins Biwak hast du es geschafft, aber der spannende Teil, der kommt jetzt erst noch. Denn in der Nacht hörst du den Berg sprechen. Zum einen kommt das vom vielen Wasser, aber das können auch die Bewegungen des Gesteins sein, also geologische Verschiebung. Die Bewegungen, die letztendlich ja all das, was für uns Menschen wertvoll ist, aus dem Inneren der Erde nach oben schieben. Sowas wie Gold, Silber, Edelsteine, aber auch Mineralien und viele andere Stoffe, die unsere Erde zum Beispiel fruchtbar machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel spooky Spaß. Super. Wie soll man da jetzt schlafen können? Gut. Gut. Okay. Zeigen wir ihm jetzt. Ich würde sagen, wir hauen uns hin. Jawohl. Schlaf gut, mein Lieber. Guten Nacht. Guten Nacht. Das ist schon eine Wahnsinns-Geräuschkulisse. Man hört natürlich die Tropfen, die dann aufs Dach knallen, so bom. Das ist der Fluss da, der sich noch bemerkbar macht, mit so einem Rauschen. Matthias ist von seiner Expedition in die Unterwelt schwer beeindruckt. Seine Angst vor dieser dunklen fremden Welt hat er zwar überwunden, aber trotzdem fällt ihm ein Stein vom Herzen, als er endlich wieder Licht sieht. Hast du gut geschlafen? Ja. Ich ja. Du? War natürlich von der Geräuschkulisse schon sehr aufregend, weil man ja schon einiges hört. Hätte ich nicht gedacht. Sehr gut. Die Luft ist top. Oh, dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Es ist wie eine Auferstehung. Oh, ich bin da. Ich war auf einmal sehr 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 stolz auf mich. Ich mein, ich hab jetzt in der Höhle geschlafen. Jetzt kann ich ja wohl überall schlafen. Oder? Ja. 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 Ja.